Finden Sie als hilfebedürftiger oder pflegender Angehöriger mit unserem Verein Dein Nachbar passgenaue Unterstützung durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Jetzt auch für spontane Einsatzanfragen. Bei uns haben Sie die Wahl. Sie können Ihre Helfer oder Helferin selbst aussuchen und Aufträge selbstständig anlegen oder wir übernehmen die komplette Koordination für Sie. Registrieren Sie sich selbstständig über den Reiter Hilfesuchende unter Jetzt registrieren und füllen Sie die Registrierungsmaske aus. Geben Sie als erstes Ihre Personendaten an. Diese sind nur für das Team von Dein Nachbar und für die von Ihnen ausgewählten Helfer sichtbar. Der Text der Kurzvorstellung erscheint den Helfern in Ihrer Suchanfrage, kann aber bei der Anlage von Aufträgen nochmal editiert werden. Wenn Sie Wünscht nur Einsätze von geschulten Helfern ankreuzen, so werden für Ihre Einsatzanfragen nur geschulter Alltagsbegleiter angefragt. Die erbrachte Leistung kann dann auch über den Entlastungsbetrag oder die Sachleistungen abgerechnet werden. Für die Abrechnung über die Verhinderungspflege ist keine Qualifikation erforderlich. Ihre Fragen zur Abrechnung klären wir gerne in unserem Kennenlerngespräch. Im unteren Teil des Fensters können Sie noch Ihren Pflegegrad angeben. Je nach Pflegegrad stehen Ihnen unterschiedliche Budgets der Pflegekasse für unsere Leistungen zur Verfügung. Jetzt können Sie noch Ihre gewünschte Anzahl an Einsatzstunden pro Monat eingeben. All Ihre Angaben können Sie auch später noch in Ihrem Profil anpassen. Nun klicken Sie auf Weiter und tragen Ihren Unterstützungsbedarf ein. Es werden verschiedene Bereiche und Leistungen angezeigt. Das Praktische an dieser Aufteilung? Genau wie Sie setzen ehrenamtliche Helfer Ihre Häkchen in solch einer Maske und bekommen nur Einsatzanfragen, die zu Ihrem Helferprofil passen. So finden Hilfesuchender und Helfer passgenau zueinander. Weiter geht es. Jetzt geben Sie an, in welchem Zeitraum Sie Unterstützung benötigen. Wichtig, je großzügiger Sie die möglichen Zeitfenster setzen, desto einfacher wird es, einen passenden Engagierten zu finden. Unter Benutzerdaten tragen Sie noch eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Damit erhalten Sie später Zugang zu Ihrem Klientenportal, aus welchem Sie Aufträge selbstständig anlegen und ausführen können. Zum Abschluss können Sie Ihre eingegebenen Daten noch einmal prüfen. In Ihrem Profil können Sie später aber immer noch ganz bequem Anpassungen vornehmen. Bestätigen Sie nun nur noch unsere AGBs mit einem Klick und schließen Sie die Registrierung ab. Nun erscheint ein Fenster, in welchem Sie ein Kennenlerngespräch mit uns vereinbaren. Wählen Sie Ihren Wohnort aus und suchen Sie sich einen zeitlich passenden Termin aus. Dieser ist vor Ort oder online möglich. In Ihrem Postfach finden Sie nun eine E-Mail für die Bestätigung Ihrer Registrierung. Bitte sehen Sie bei Bedarf auch in Ihrem Spam-Ordner nach. In dieser E-Mail bestätigen wir Ihre Registrierung und stellen noch einmal wichtige Informationen zur Verfügung. Jetzt müssen Sie unten in der Mail nur noch Ihren Benutzer bestätigen. Nach Ihrer Bestätigung landen Sie auf einer Anmeldeseite. Hier geben Sie nun Ihre Mailadresse und Ihr ausgewähltes Passwort an. Schon landen Sie auf Ihrem Klientenprofil und können nun Ihr Profil anpassen. Sobald Sie von uns verifiziert wurden und das erste Kennenlerngespräch stattgefunden hat, können Sie Aufträge anlegen sowie passende Helfer selbstständig auswählen. Wenn Sie Schwierigkeiten oder Fragen haben, so steht Ihnen unser Customer Service gerne unter der Telefonnummer 089 960 40 400 zur Verfügung. Oder Sie schreiben eine E-Mail an info-at-deinnachbar.de Und dann bitte Sie mir unten in der Tat von mir bringt es angekenn especial. Da istvahelstätig aus den Art und Termin zur Verfügung. All tiro